Ja, guten Tag YouTube, hier ist wieder Omniplayer mit unserer Eleanor, äh Eleanor, die uns auf jeden Fall sehr viel Spaß macht, also mir auf jeden Fall sehr viel Spaß macht, ich hoffe beim Zuschauen, nach dem anfänglichen harten Kampf, den wir hatten mit Tamar und den generellen Schwierigkeiten, haben wir uns jetzt zu dieser gigantischen Griechenseuche entwickelt, die alles einverleibt, was nicht nid- und nagelfest ist und selbst Auckland spürt langsam schon die Schmerzen, die unsere wunderschöne Kunst macht, oder wie die Fähigkeit ist, toll heißt, unser Hof der Liebe und dieser Hof der Liebe beeinflusst selbst schon Auckland, ja, wie gesagt, da habe ich schon lange mitgerechnet, das wird passiert, ich hoffe nicht, dass wir Babylon beeinflussen, weil der hängt nämlich ziemlich mittendrin, aber Auckland ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr so gut dabei, ja, das hängt auch immer damit zusammen, wie die Population ist, glaube ich, und auch wie die Annehmlichkeiten sind, ich weiß nicht, es war aber irgendwann ein Stadtstart in einem Spiel ist so schnell gefallen, das war Fäh, es ist gerade in der Wüste und irgendwie hatte er nicht viel und so weiter, dann ging das recht flott. Okay, wir haben noch endlich nochmal einen großen Sänger, da habe ich aber auch, oder Musik habe ich schon lange vermisst, wo ist das, brauchen wir das hier? London? Ne, du brauchst das überhaupt, jawohl, nein, du hast schon ein bisschen Theaterplatz zu bauen, aber trotzdem, ja, wir wollen weiter hier auf Shen Druck ausüben, das heißt, wir laufen hier zum Broadway, boah, ist das fies, wie viele Annehmlichkeiten uns fehlen, wir brauchen mal, haben wir noch irgendwo einen Luxus-Sauce nicht ausgebaut, ich bin ja manchmal blind, da habe ich auch mal einen Mod für gehabt, wir hätten das erleichtert, und seitdem ist man ja noch nicht mehr so ganz so aktiv bei mir schauen, geht es wieder ein bisschen, außerdem ist halt überall einfach nur ekelhaft, und trend, da ist auch eine recht gute Stadt, ja, ich glaube, wir wollen auch noch mal spionen, vielleicht können wir ein bisschen was appetieren, weil die werden jetzt schon anfangen zu pumpen, ordentlich hier eure Raketen hochzujagen, man braucht natürlich jetzt in dem Add-on, das haben wir ja auch bisher, glaube ich, noch nicht, auf keinen Fall gesehen, dass man braucht jetzt halt mehr Schritte, man muss so nachher seine Rakete, sage ich mal, die Lichtjahre vorantreiben, irgendwie so, und das dauert dann schon wesentlich länger, finde ich eigentlich auch ganz schön gemacht, muss ich sagen, also, Science war immer ziemlich öde, ich meine, es ist ja immer nicht der Burner, also ich finde die Kultur noch mal besser, das ist natürlich eine Geschmackssache, und ich würde sagen, ja, was machst du denn jetzt hier, ja, du machst ja auch nur deine Touristenattraktionen, aber mir macht es halt mehr Spaß, aber auf jeden Fall ist das auch wesentlich besser geworden, mit Science, also wesentlich besser, wesentlich besser, wesentlich besser, bei null angeblich, mal nicht jetzt langsam mehr kriegen, okay, was hast du gebaut, äh, Schrott, also Schrott ist, alles ist Schrott außer Theaterbezirk, wir brauchen nämlich mehr Slots, Slots oder Slots, okay, wir bräuchten hier einfach mal mehr Nahrung, oder mal hier ein Handwerk auf, vielleicht können wir hier irgendwas pushen, push mal auch die Nahrung bitte, der Rest ist mir nämlich wuchst, ja, weiter, bitte, Druck, 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 wir hoffen einfach jetzt auch mal darauf, dass wir jetzt ein Goldes halt auch noch hinkriegen, und der Azteca halt absolut dunkel ist kriegt, das wäre genial, hier ist alles voll, allerdings kommen wir da auch langsam zu, dass wir ein neues kriegen, das wäre sehr gut, aber Oxford wieder, weil es ist zu weit weg halt, für Shen, das ist das Problem, hier aus, sagt mir null, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses hier null hat, das wäre natürlich super, ich weiß nicht, irgendwie wird das eher so, obwohl er hat neue Effekte, also, das wäre, also ich glaube, dann werde ich einen Tränen ausbrechen, das wäre das schön, wenn das hier wirklich so wäre, wir müssen aber auch unbedingt unsere Fröhlichkeit hier erhöhen, dann wird es auch mal besser werden, der Zoo wird schon mal gebaut, das ist aber Unsinn, dass hier noch ein, obwohl der wird sich hier auch auswirken, ist okay, und dann halt möglichst die Unterhaltung hier fördern, ja, ich weiß, du hast kein Mieter mehr, der als Sieg knödelt dich ziemlich, also, du hast sogar wenigstens noch ein paar, äh, schöne, wie heißt es, Vors hier, von AT's, oh, sogar eine Armee, wir müssen auch mal eine Armee bauen, damit wir ein bisschen wieder Verteidigung erhöhen, dann würde ich dafür den Panzer hier rausbewegen, und kann ich überhaupt noch normale Panzer, ja, okay, schön, dann haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Karnisonsstärke, dann würde ich dich einmal rausbewegen, einmal rausbitten, und würde mir ein Maschinengewehrchen holen, bitte, einfach zur Sicherheit, man weiß nämlich nie, was diese zu tun, so, jetzt sind wir beim ersten, ersten Mal glaube ich überhaupt, dass wir sehen, wirklich bei den Zukunftstechnologien, bin mir nicht ganz, ich habe es erstmals, aber jetzt haben wir leider das erwischt, das ist nicht gut, das ist halt, ja, ein Dev-Roboter, da werden wir bei mir nicht viel von sehen, also, das dauert noch, wie sich, wenn wir aus Mahlen auch noch spielen, und auf jeden Fall Ungarn, weil ich auch bei Ungarn, nicht weiß, ob ich da jetzt, die ganze Zeit nur auf Herrschaft gehen würde, sondern eher so, ein bisschen, frühen Push, eine Ausstattung vielleicht, danach, eher so Wissenschaft oder Diplomatie, wobei Diplomatie dann schwer wäre, dann gucken wir uns mal, was hier vielleicht rauskommt, vielleicht kommt da was Spannenderes raus, vielleicht kommen wir da auf die Offshore-Präsidenz, die können wir zwar auch nur, hier, wo, hier machen, hier können wir ein paar reinquetschen, die sind dann nicht so toll, aber die sind auch nicht schlecht, weil es einfach, durch Banda Brunei diesen tollen Bonus gibt, ja, hier haben wir jetzt auch nochmal, Schriftstücke, da könnten wir Geneva und Auckland mehr ins Spitzen bringen, schon 52 Minuten nur noch, ähm, ja, Kunstmuseum, ne, Campid-Theater bitte, du kannst weiter hier reinschreiben, und jetzt haben wir einen Künstler, den könnten wir doch hier vorne jetzt gleich irgendwo benutzen, hab ich jetzt, ja, ich hab vergessen, es hier zu wechseln, ne, ich bin dann voll, ob man da hält, ja, kann man das kaufen vielleicht, ja, guck mal, gut, dann machen wir es so, wir wollen nämlich da auch noch ein bisschen Druck, wir wollen beide Seiten mit Druck bestücken, so können wir das gut machen, 7 Punkte, dann haben wir unser Goldens Zeitalter, eine tolle Sache, das bräuchten wir auch, also wenn wir das Aufricht erhalten wollen, diesen permanenten Druck, brauchen wir das, okay, das ist irgendwo ein Mongolen gewesen, nehmen wir einen Industriebezirkel, plus 3, das ist toll, dann haben wir wieder Punkt dazu, angeblich sollen die nur da nicht, ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, ja, 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 okay, man sitzt hier, man kann zusammenrechnen, trotzdem, 8 plus 8 plus 3, das müsste also eigentlich fallen, ich sehe es halt nur nicht, ich habe nicht genug Informationen, das sind halt 16, das müsste eigentlich fallen, jeder dürfte noch auf keinen Fall fallen, das hier müsste definitiv, ne, es nicht, okay, nicht, das scheint mir, da habe ich wahrscheinlich noch weniger Informationen, ich bin nicht ganz, ich muss mal hier, eine Botschaft hinsetzen, aber vielleicht mal ein bisschen besser sehen, ich bin da immer zu blöd, wieder zu machen, weil ich will, ich bin, sind sie hier, aber ich glaube, hierfür werde, sind tatsächlich da, weil dann, ein bisschen, ah ja, jetzt sehen wir, ne, das ist nur das hier, ah, hier sehen wir was, minus 1,8, jetzt hätte man die Rock Band doch gebrauchen können, die die Leute, denkt, das können wir mal gucken, ob ich viel gehen wir noch eine, jetzt kaufen einmal, genau, Broadcast bitte, besser auf Verteidigung, kann jetzt auch sein, dass wir bald einen Partisanen, vorgeschmissen werden, von Spionen, wir sollten sowieso langsam, mal ein bisschen still in der Armee, übrigens haben, und da werden wir uns, der Kultur, kulturell auch im Sieg annähern, wenn die nicht unbedingt glücklich sein, 25% mehr Tourismus, okay, erzählst du einfach weiter, ist aber nett, ja, Bank, würde ich mal sagen, mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck, war auch schon bei 9, boah, jetzt bitte mit den 50 Leuten, ich hätte es auch bewahren sollen, naja, gut, dann nehmen wir mal, bei denen, eigentlich will ich gar nicht die Rock Bands wirklich benutzen, also ich will das lieber noch ein bisschen langsamer und kriechend die Seuche erhöhen hier, Schild Stadt für Stadt einnehmen, und wenn ich nämlich schaffe, hier bei dem Städte zu klauen, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich, dann fühle ich mich wohl, ich glaube, ich mache nochmal ein archäologisches, irgendwann hatte ich noch ein archäologisches gebaut, und ich bin schon wieder völlig geplant, wo haben wir das, da hatten wir nicht nur irgendwo eins, einen Bau glaube ich da noch irgendwo, ja, guck mal gleich mal, ja, du, weiterhin bitte den Druck erhöhen, 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 Broadcast-Zentrum, auf Unterhaltungsdistrikte hatte ich, dann gehen wir da hin, spielen wir eine Runde, hey, eine Promotion, super, da hat er auch nicht sehr viel drin gehabt, in seinem, Reisungsdistrikt, circa, da haben wir auch einen, Diplomatie-Siegpunkt mal, und noch eine, dann haben wir es geschafft, mal wieder einen goldenen, ah ja, ah yeah, okay, das ist perfekt, wo waren wir noch hier, genau, wir waren hier hin, und hoffen, dass das dann noch überlebt, das wäre noch am allerbesten, ein bisschen Geld brauchen wir auch wieder, machen wir mal Research, ganz spannend ist natürlich, ganz schön ist wirklich, dass wir nur diese Stadt hier haben, die eine Barriere gegen die Überflutung bräuchte, aber sonst nirgendwo, wie sieht es eigentlich aus hier, ist ja gar nichts gekommen, was, und zu mal, zwei, ich habe ja nur ganz, ich glaube eine Fabrik oder so, interessant, also wir sind da, und der Rest ist, bin ich extra, was macht den Spalien, er hat noch keinen einzigen Industriebezirk, oder wie, er macht einen auf grün, das ist ja interessant, danach bauen wir bitte, einen Nachbarschaftsbezirk, da wieder an die Flut, ein paar Fröhliche Stimmen, hier bräuchten wir auch noch mal Wohnraum, ein bisschen die Liste aufmachen, aber nee, danach kommen erst mal die wichtigeren Sachen, hier kommt der Zoo, genau, da können wir noch ein paar Fröhliche Stimmen, hoffentlich, bringt uns Karakom irgendwas, jetzt hätte ich halt immer tausend, die man da klauen könnte, das ist gut, wie dann dauert es eigentlich noch, bis er hier fertig ist, 2, wovon das funktioniert, ah, Professional Sports, kriegen wir leider das, äh, Stadium wohl nicht, gerade, an jetzt war ich bald, das hier war es schon, oh, Auckland will ich gar nicht, das flippt, nein Auckland, nein, 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 ich will das gar nicht, nein, tu es nicht, du hast doch noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt, verdammt, äh, Rainforest, oh, da vorne, das sieht gut aus, das sieht lecker aus, da hat er sich echt wieder gefangen, was ist das denn durch, oh man, das ist ärgerlich, haben wir bei Newcastle alles vollgestopft, oder ist da noch was frei, okay, dann müssen wir hier mal ein bisschen Kunst, Telawi, einmal bitte rüber schmeißen, wir brauchen ein bisschen Druck, so, ich will ja nochmal spielen, die noch will ich irgendwo, kann man nicht, hier ist kein, naja, da sieht es doch schon besser aus, oh yeah, 2000 Gold gestohlen, das ist genial, das ist perfekt, dann können wir nämlich auch mal, langsam mal Bezirke kaufen, wenn wir die hier aufgewertet haben, wir können auch einfach Gebäude kaufen, natürlich, so London, was sollst du uns denn machen, also Wasserpack wäre ich auch nicht verkehrt, mache ich auch, es war leider, Schalom Style, aber auch wenn es eh bald weg, möchte ich hier gerne noch mehr Loyalität verlieren lassen, aber das ist alles nicht von denen, das ist ja von Schalco, so könnte ich noch 50 verlieren lassen, verstehe ich hier gar nicht, er hat den Erzsatzeliten hier auch schon, ich mache das jetzt mal hier oben, wieder, ich möchte noch mehr, wir brauchen Geld, das Trinkte kaufen wäre genial, das hätte ich eigentlich auch mehr machen müssen, aber wir hatten jetzt nicht so viel Wahl, ich habe auch nicht immer so ein Experte, das zu optimieren dabei, wenn wir noch zwei hätten, könnten wir halt schon mal, die Upgrade kriegen, dann könnten wir die Theater zu bezüglich schneller kriegen, aber ich glaube, wir haben bald alle durch, Cybernetics, ein Movement, okay, Jump, Action, achso, das ist die Death Roll, wird das schon, wenn interessiert keinen, versuchen wir mal das, vielleicht da ist, ist da was interessantes, ja, wir können ja auch das hier reintun, aber ich würde eigentlich nicht den Sieg so forcieren, wenn wir das hier mal raustun, dafür mal ein bisschen annehme, Nimmigkeit dazu, dann mache ich, ja, ich werde es aber wirklich schon drin haben, nochmal später, machen wir später, hier kriegen wir mal Gouverneurs Titel, hier auch, neue Runden, ekelhaft, ist das Manchester oben, wir haben hier ein Distrikt, ja, okay, da können wir hier auch nochmal einsetzen, Kunstmuseum ist glaube ich zu weit weg, um überhaupt noch sinnvoll zu sein, genau wie das hier, muss ich aber jetzt mal gucken, machen wir anders, wir gehen auf Produktion, Einheiten, und gucken mal hier, wo kann ich einen Archäologen bauen, irgendwo muss ich doch eins gebaut haben, müsste jetzt doch fertig sein, nein, nein, ich glaube, da war es doch, da, aha, der Archäologe bitte, also können wir auch kaufen, den, dafür würde ich tatsächlich gerne das geben, weil er uns wieder unser System voranbringt, das System ist einfach möglichst viele große wert, warte mal hier reinhauen, und die ist weg, die eine leider, 4500 trotzdem noch kriegt, ja, keine Ahnung, das ist halt, nicht genug, jetzt auch, aber ich, jetzt auch nicht, warum mir die Anzeige nicht richtig zeigt, so ein Bug ist, also hier wäre es eigentlich auf jeden Fall, genug, um den zu besiegen damit, aber, klappt irgendwie nicht, ich kann ja nicht genau bestimmt, warum, vielleicht liegt es an dem UI Mod, kann doch etwas sein, dass der halt da irgendwie kollidiert, miteinander, das ist schade, das ist schade, dann braucht das eigentlich noch eine Runde, dann haben wir wieder, oh Gott, elf, oh ja, okay, wir müssen jetzt dringend, ähm, daran arbeiten, ja, okay, wir machen mal Briste, brauchen wir nicht, wir brauchen, Tomasi, Tomalo ist, oh, war hier vorne, Halo, ach da, ne, brauchen wir auch nicht, Tomasi auf jeden Fall, den net brauchen wir auch, aber allerdings noch, thematisieren, Röstavi ist auch noch, da vorne, Portsmouth ist glaube ich, soweit, nicht mehr nötig, wenn wir nur den armen Auckland mit, beseitigen, da will ich eigentlich nicht, Pekumasi, du hast jetzt, was alles, was wir brauchen, genau, da machen wir jetzt hier auch noch, Pekumasi, ähm, Brunzwerke rein, allerdings möchte ich da natürlich auch wieder nicht, hier zum Beispiel, da brauchen wir es auch, Portsmouth, der Portsmouth bräuchte man halt eigentlich nicht, glaube ich, jetzt ist einfach mal, macht das jetzt auch so, da müssen wir genug Druck haben, erstmal wieder, ich will damit was erreichen, aha, er sagt mir null, ich weiß es nicht, er kommt auch noch, leider noch ein Gouverneur, ja, ein bisschen was für Schnee, ah, da war Philipp, da hätte ich eigentlich nehmen, das ist egal, also wie gesagt, da geht es sich ums thematisieren, geht genau darum, in diesen wunderbaren, lauten, extrem lauten Sound, der einen die Ohren zerfetzt, und natürlich kein, doch, er hat ein Theaterbestrick hier, das ist ja klasse, hat er da auch schon große, Werke drin, Juan, ja, tatsächlich eins, hey, du bist also ein archäologisches, Meisterwerk, ähm, ich möchte gerne, den Archäologen bauen, das ist mir eigentlich, wuchst erst mal, ach, noch ein Schreiber, wunderbar, muss man besser einen Überblick verschaffen, wo ist noch immer, zwei Bevölkerung, die anderen haben ihr, ihr Ding getan, von daher kannst du jetzt hier eigentlich, mal in die ganze Nahrung, neben die kippt, oder mein Schreien, okay, wo gehen wir hin, müssen wir nach hier vorne, vorne, vorne oder nach hier rechts, das ist zu weit weg, glaube ich, werden es mal versuchen, aber das ist, sollte zu weit weg sein, sind nicht neun Felder nur, dann lieber hier hin, unten bräuchten wir auch noch was, in Runden, wenn der, wenn ich kein, ja gut, goldenes haben wir, aber wenn er auch ein goldenes kriegt, bringt das auch nichts, ich bringe ihn jetzt mal nach da, ja, ist halt auch ganz wichtig, dass wir eben das housing erhöhen, dass wir da, einfach auch mit mehr Bevölkerung, natürlich noch mehr Druck ausüben, ist ja klar, also, das ist ja eher der Grundmechanismus dabei, das ist wie so ein Longchi, das ist schon mal sehr gut, wie sieht das denn hier aus mit deiner Moral, 5,5 ist nicht viel, 21 ist dafür viel, ja gut, das hat nur 12, okay, ja gut, das sind ja auch hier ziemlich allein, das ist richtig, das können wir ja nicht wissen, beim Azteken, ich weiß auch nicht, woran das liegt, hier gibt es ja irgendein Weltwunder, was das auch vielleicht beeinflusst, keine Ahnung, er geht auf jeden Fall auf den Wissenschaftssieg, das sieht man, also gewinnen tun wir bestimmt, denke ich mir, da müssen wir jetzt auch nicht mehr viel tun, aber wie gesagt, wir wollen hier alles, alles übernehmen, was möglich ist, ja, dann, hau mal rein, jetzt wäre hier halt Distrikt kaufen, teuer, aber wir haben ja nicht mehr die erste Stufe rein, aber nichts drastisches, okay, einmal Quellen beschaffen, ja, du hast hier als Handwerker, dann können wir da auch mal ein bisschen was, hier halt verbessern, die ganze Geschichte, kein Bergwerk möglich, Philipp und Gengis wieder im Rennen, Stadion, wir brauchen noch immer mehr mehr mehr, du schläfst erstmal eine Runde, bis er tierfällig ist, ja, einmal fertig machen, kann das einmal, okay, hat er da oben, ja, tatsächlich mit dem, mit dem, äh, mit dem Marine hat das eingenommen, gucken wir mal, ob er noch freundlich ist, ja, jetzt geht's los, wir sind Richtung Sieg, ja gut, du bist mir eigentlich egal, einzig, wichtig ist es eigentlich nur, wenn man es zu macht, Philipp kann aber auch, gefährlich werden, jetzt können wir auch die Politik rausschmeißen, muss man vielleicht dran denken, du musst danach erstmal alles für Theaterbezirk bauen, ja genau, ich brauche mal was, warum bin ich denn, was ist passiert, ich bin gar nicht mit, ich bin so am durchspammen, wo ist denn hier was passiert, ich bin schon wieder, ich will glaube ich gar nicht wissen, wie viel ich wieder verloren habe da, an Bevölkerung, aber es ist in dem Stadium jetzt auch nicht mehr so, so schwierig, äh, so schlimm, ähm, ja, Broke, einfach mal die, die großen Leute Punkte, nee, das will ich mir hier für auch bewahren, du kannst es so bauen, ja, ja, wie sieht es aus, auch immer viel zu viel brauchst du, hier ist tatsächlich mal ein bisschen Druck reingekommen, das ist gut, dann hören wir jetzt gleich nochmal auf, das ist wieder zu lang, ja, 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 klar, obwohl, eigentlich will ich gar keinen, Aid Request, warum habe ich so ein Gitarren, egal, äh, was willst du, du hast irgendeine Stadt genommen, ne, wieso, ist mir egal, da hinten die Stadt, die hält sich auch lang, auf jeden Fall, oh, wow, okay, mich will auch keiner unterstützen, das ist ja sehr nett, keiner will mich unterstützen, wenn man nochmal unterhalten, brauchen, wir haben doch hier, irgendwo hat man doch hier eingebaut, ne, da, genau, ziemlich schlechte, vielleicht, ne, unten zu, ah, ne, das mal der da oben passen, ups, das wollte ich nicht, oh, doch, können wir tatsächlich bauen, und wie tief richtig, dann muss das hier wieder weg, tschüss, ah ja, ne, das will ich kaufen, sehr schön, aufwecken, bitte, das kann ich mir leider nicht kaufen, ein paar Farben, einfach ein bisschen mehr Strom verteilen, wie schaffen wir das, uff, die unglückliche Städte, aber auch wenig Luxus-Ressourcen, finde ich, finde ich auch nur blind, wie viel haben wir hier noch, 11, wie lange dauert der Zeit, Alter 8, wenn er kein goldenes kriegt, ja, sollte das kein Problem sein, wenn er es aber kriegt, da mal ein Problem, naja, genau, jetzt können wir das hier rausnehmen, das bringt nichts mehr, wir kriegen keinerlei Hilfe mehr von den Leuten, aber könnten auch Gold einfach nehmen, welches ist am sinnvollsten, hier auch plus 2 Produktion, plus 5 Gold für alle, auch nicht schlecht, da hat man ein bisschen Produktion dazu, und eigentlich nicht mehr hier, Kultur und Wissenschaft zu forcieren, ich war ja für Geld dann, ja, okay, das sieht gut aus, ja, wir machen jetzt Rainer weiter durch, Social Media wäre halt nicht schlecht, nur nicht das hier, weiß ich auch nicht, ich glaube hier near future governance, obwohl da können wir erstmal hier eins von denen hier bauen, ja, ja, hier haben wir alle, für alle, nämlich mehr Annehmigkeit, ja, was hast du gebaut, ein World Class Center, versuch's nochmal, ob die mich mögen, ich glaube es aber nicht, oh doch, oh, oh, bin ich etwas verwirrt, muss ich sagen, also tatsächlich ist nicht gedacht, dass es funktioniert, keine Kulturallianz, keine Kulturallianz, muss dran denken, keine Kultur, genau, ja, perfekt, okay, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis ab, und bis zum nächsten Mal.